Hast du einen Freund? Ich hab Nierensteine. Hast du in den 19 Jahren Gefängnis darüber nachgedacht, dich umzubringen? Ich hab seitdem tatsächlich nichts gelernt, ja. Everything was as fresh as the bright blue sky Now and then, when I see her face, she's dead too alone Ist der Kripp? Break down and cry Hallo hier meine Damen und Herren, willkommen zur neuesten Ausgabe von Bubbler Memes Los geht's So, mit Text ist zwar kein wirkliches Meme, hat er aber Langeweile, okay? Was ist das? Wenn du als Baby keine Flasche wolltest Ich glaube er hat einfach an sich gar nichts zufrieden Ja, ich seh ein bisschen unzufrieden aus Jacob Auf Lustwetten und höchstwahrscheinlich Wette gewinnen Aber Bubblers Gefühle verletzen, auf Wim setzen und wahrscheinlich verlieren Ich den Jakob, genau so ist es Also immer schön auf ihn Oh, die Barb Bubler, der Barb kurz streichelt Barb, die es enjoyt Bubler, der weiter CS zocken will Barb, die weiter gestreichelt werden will Bubler, der Deswegen die Runde jizzet Jakob, Alter, der ballert raus Bubler im High Bubler macht was wirklich Gutes Noted Ja, man muss sich das merken Ist ja nicht so oft Ich, während ich merke, dass ich im Gewehr aufgerufen wurde Wait Jakob, richtiges Memespray Bubler Community, wenn jemand keinen Sub hat Das ist not Okidoki What gives people feelings of power Wenn Bubler meine Nachricht liest und voll auf sie eingeht Oh Das ist noch ein bisschen wie auf YouTube Du hast Kommentare, die echt gut sind Und dann hast du sowas wie Hey, weiter so Ich lass das mal unkommentiert Aha 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 Wenn der Lehrer dich dran nimmt Aha Was hab ich da gespielt, Resident Evil? Da haben wir gemurmelt Warum mach ich denn sowas So, der nächste ist Sanse Ok, da haben wir hier nochmal Da haben wir was Ok, ok, ok Warte, warte, warte Don't ask heißt das ganze Teil Wir gucken mal Hab mir heute ein Ohrloch stechen lassen Oh, musste das gerade reinigen Und das fühlt sich einfach an wie ein Wespenstich Das kam ein bisschen arg unerwartet Ähm, so Vorerst verabschieden sich Son Goku und seine Freunde Doch so ein Abschied muss ja nicht für immer sein Wie gesagt Das Leben ist ein ewiger Neuanfang Hä, warte, warte Der Anfang ist das Ende Das Ende ist der Anfang Hä, wie scheiße ist denn das? Brr Das nächste ist auch wieder von Sanse Ja, was hast du gesehen? Jan, ich hab gesehen, dass du es echt schwer hast Sorry Wollen wir die ganzen Fliegen an der Scheiße kleben hier Das ist ja insane Und deshalb gebe ich dir etwas, was dir weiterhelfen könnte Werby, lass dein Pferde bitte bei dir Ja, man kann das auch belächeln Aber dahinter stehen ja ernstzunehmende Überlegungen In der Tat Oh, shit So, nächstes auch wieder von Sanse Frag einen Bubbler Hyperbowl Oh, oh no Eine Minute, 57, stopp Alter, Sanse, was hast du gemacht? Okay, wow Also ich bin Ich bin jetzt schon, ich bin jetzt schon impressed Also jetzt schon Ich hab's noch nicht mehr gesehen Guck mal rein, guck mal rein Wie laufen deine Sitzungen ab? Frauen sind Toiletten Hast du in den 19 Jahren Gefängnis darüber nachgedacht dich umzubringen? Ich hab seitdem tatsächlich nichts gelernt, ja Wie rechtfertigen Pädophile ihre Taten? Ich find's trotzdem geil Trotz des Alters Woran erkennt man einen Psychopathen? Ich hörte das Das ist mein K Was machte dich zu einem Mörder? Nein, nein, nein Hörst du denn? Haja, bin, haja, bin Welche Gedanken hattest du im Moment direkt nach der Tat? Lass die käuze ich ein Bist du selbst auch erregt? Du weißt schon, wie es ist dann So bei Korks Fette länger geht immer Aber an sich Wenn sie schellen sind Oh Gott Wann ist das, wenn mehrere tausend live vor ihren hochauflösenden Bildschirmen deinen Hoden sehen? Alter, der ist so close vor mir Ich mach den Ich mach den Wo schlägt man mit E, ne? Hast du einen Fr- Oh, scheiße Okay, okay, okay Und? Ich hab Nierensteine Was muss man können, ums Threema zu wählen? Eins, ich bin sowas von bereit Oh ja Tatsächlich Gab es sexuelle Übergriffe? Ich geh gerne in so eine Metzgerei und da bin ich auch nicht gebumst Wie läuft so ein Treffen mit einem Kunden eigentlich ab? Was ist denn das? Kann ich Ihnen vielleicht Kann ich Ihnen vielleicht helfen, Sir? Welcher Fall hat es emotional an deine Grenzen gebracht? Für den ersten guten Tag, Alter Türken werden mit was überfahren Alter, wie viel? Wie viel? Was ist das? Hä? Okay, der war daneben Alter, hä? Was ist hier los, Jungs? Irgendwas stimmt nicht Haben Sie das gesehen? Was war los? Alter, what the fuck? Das ist doch holy shit Hast du einen Freund? Ich hab einen Nierenstein Okay, ich bin wieder ready Der dumme Pilz-Nascher Okay, gut Na gut, da hab ich halt Pilze gegessen Pride Month und so Fragwürdig Will, ihr habt wieder irgendwas zusammengestimmt mit der Gauna Da gibt's auch was Scheiß, der Hund drauf Wisst ihr was? Da gibt's auch was Gerade eben fast versteckt Seht ihr die Klammer da unten? Äh, ne, ich stehe davor Wisst ihr, wie alt das ist? Da hab ich meinen Pop-Schutz mit einer Klammer festgehabt Wisst ihr was? Da gibt's auch was Yay, Pride Month Wir brauchen mehr Memes Mehr Memes So, was haben wir denn hier? Jan Finn? Ja, ich weiß Ich lach wie ein Delfin Habt ihr was dagegen? Warte mal Ich mach ihn mal so Gott, ich hab das selbe T-Shirt an Das selbe Alter, das war zu Vendorman-Zeiten noch, ne? Ein Clip aus dem Mittelalter Der gute alte Jan Finn Was haben wir denn hier? Yakuza Monk S Oh, das war ein 99-Spiel Obacht Seid unter der Oh, bitte Danke Was ist denn da? Yakuza Da hast du uns aber hart verarscht Yakuza Gut gemacht Also Yakuza War das souverän oder war das souverän? Was haben wir denn hier? Ah Der Drift King oder was? Alter, wie alt das ist? Drei Millionen kostet das Was? Was ist mit den Leuten los? Habt ihr das gesehen? Alter Er kommt hier einfach gedriftet Deja Vu Lopolean doesn't exist He can't hurt you Lopolean Alter Sagen sie, warum? Was stellst du da an? Ach Gott, das ist... Aber eigentlich Weiter geht's Oh, Sneasel Sneasel-Piesel in der Hiesel Shootbreak Oh oh Was war... Was war... Oh 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 Sneasel zerstört What the fuck Sneasel zerstört, weiß ich wieder irgendwas Mein Gesicht, guck mal Oh, was ist denn da? Larry undercover Ach, Larry wieder Ja, ich weiß Nächstes Mal suche ich Ich weiß schon, was das ist So, Game passiert Lass B versuchen, ja Alter, das kann grad so Äh, ich smoke kitchen window, ja Oder soll ich lieber... Larry, du alt Larry, Larry, Larry Classic A typical Oh Ja gut Sagen sie, was geht hier ab? Hey, sie Ja Hä? Sagen sie, hast du da was dran gemacht? Das ist doch von mir Ach, Sagen sie Da gucken wir halt rein, oder? Hey, sie Ja, genau sie Sind sie auch so dumm, um zu leben? Die Lösung ist so einfach Ahoy Ich bin deine Mutter, sein Sohn Und das ist die Gertrud Ja, und ich bin die Gertrude, ne Das ist mein weißes Clips-Fack-Fack-Tape Und es ist weg Haben sie auch einen Teppich, der ständig rumrutscht? Tja, überhaupt kein Problem Tipp den Motherfucker schon fest Ich hab einen Faden lassen Der stinkt Du Dreckst du Er hat wirklich eine Scheiße geschickt Mit der patentierten Flexgrip-Technology Es klebt einfach überall Selbst an Schokolade Wenn ihr Tisch auch keine Henkel zum Hochheben hat Ist das kein Problem Schauen sie mal Boah, ich hasse das Bild brutal Wie? Haben ihre Kinder auch wieder in die Küche geschissen Und meinen, sie können darüber einfach Bilder malen Heute gibt's kein Essen Zwei Sachen, die Riesen-Dildos So, das häng ich mir an die Wand Sie sagen Blau Ich sag Frau Sie sagen Mann Ich sag Grün Ich bin farbenblind Jetzt verpiss dich erstmal, Harold Ich zeig dir, was für Farben ich in der Hand hab Guck mal hier Ein tolles Grün Ein richtig tolles Grün Hier nochmal ein schönes, kräftiges Rot Und des Weiteren hab ich hier noch Nen kleinen Hund Extreme Haben sie meinen Hund gesehen? Er hatte zuletzt die Autoschlüssel Und ich will zu McDonalds Rutschen ihnen auch manchmal Dinge aus der Hand Und... Ich hab schon fast wieder vergessen Ich muss das wieder machen Ich muss solche Sachen wieder machen Wir treffen dann das Kind Ist doch nur Spaß Aber auf Instagram bleiben keine Fingerabdrücke zurück Passiert ihnen das hier öfter? Oh no Instagram Fensterkit Bottleflip Kartoffelchip Diese dopen Rhymes und vieles mehr Liegen einer extra CD bei Das war echt sweet Das hat richtig Spaß gemacht Instagram 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 Mit Instagram Leben die Sachen ziemlich einfach Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen Dann zur Weihnachtszeit Dass ich mal langsam Mein Kartoffelflip esse Denn dann geh ich mit deiner dicken Fette Mutter Auf die Instagram-Messe Aber warten Sie Es gibt noch mehr Wir kleben hier 3 Mark 50 Auf die Motorhaube Dieses Opel Corsas Und dann brettern wir Über die Autobahn Aber ich fahr die Frau Kannst du nicht? Sie können sehen Dass hier nach wie vor Kein Geld verwutscht ist Obwohl ich mit meinem Opel Easy 20k Mal mehr fahr Als ich davor konnte Weil ich hab ein kleineres Ritzel reingemacht Kommen Sie gerade von Ihrem Chef No problem Instagram Got your back Und wenn Sie die nächsten 10 Minuten bestellen Bekommen Sie 2 Cut & Create Matten mit dazu Die Kinder hocken nicht Still auf dem Sitz Gar kein Problem Die Zeiten sind vorbei In denen Ihnen der Schniedel Einfach aus der Hose fällt Selbst herausspringende Tiddies Gehören nur der Vergangenheit an Denn dann geh mit deiner dicken Fette Mutter Auf die Instagram-Messe Da muss ich echt mal wieder dran Die ganze Geschichte Das hat wirklich Bock gemacht Ist so ein deutsches Ding Ich hab mich mal hier rübergesetzt Die auch gut sein möchte Und die wir zusammen zerstören Wir gemeinsam gegen Kremde Also gegen Also gegen Cut Da hab ich glaube ich wie immer erklärt Warum für mich interne Spiele So ein Quatsch sind irgendwie Gut, 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 gut Da haben wir noch ein weiteres Du spielst gegen Team Inkasso Aha So sieht es aus Wenn du gegen Team Inkasso spielst So, nächstes Wenn das Virus Nach der ersten Welle mutiert Da ist mir doch Sneasel Wieder easy auf den Kopf gesprungen Ja, bitte Weißt du, sonst wird es geklebt Dann heißt es Oh, da babbler wir alles Ah Weißt du, ich gucke Koro Der hat die Arme so oben Und freut sich voll auf meinen weichen Kopf Oh, nein Scheiße Ähm, Keks Ich weiß, da hab ich einen Keks Ganz lustig gegessen Hi, 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 ho, ho, ho Achso, voll fokussiert Manchmal bin ich halt ein Eichhorn Lass mich doch Laut Theorie Oh, oh, oh Oh, sehr schön, Sanse Da bin ich gespannt Ich mein, dass Sanse nämlich Seine Theorieprüfung Hier in dem Teil verkackt hat Laut Theorie müsste ich überleben Was haben wir denn hier? Gegner sehen Jan nicht Was? Ich glaube, ich weiß, was das war Da ist meine Connection abgebrochen Und ich stand einfach In-game rum Und konnte nichts machen Das wollte ich eh mal sehen, wie das aussieht Er lebt immer noch Er lebt immer Hallo Ich will nicht wer im Spiel Bei mir steht alles Boi Das hat schnell gescheitert Die gucken dich an Der sieht dich nicht Er sieht dich nicht Meine Chicken Nuggets verbrennen Ich bin halt einfach krass Ich bin einfach krass Auch AFK bin ich krass Was haben wir denn hier? Mal wieder im Chat Oh nein Oh nein Alter Falter. Samse. Das ist ja insane. Ich muss mich richtig wegflasht. Allein das war schon gut. 22 Uhr Livestream. Der Körper passt auch echt gut. Und das mit dem Rank. Das passt so gut, Larry. Mit dem Mädchen. Wirklich krass. Echt krass. Oh, Brittany. Guck mal. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Teile. Oh, Sansa haut noch mehr. Warte mal, wie viel? Okay, noch drei. Ich wollte gerade sagen, ich nehme gleich eine Stunde auf. So. Was haben wir denn? Hier, Dyra und das Feuer. Das war ein geiler Clip. Der ist gerade am Dienstag entstanden. Vor zwei Tagen. Also ich nehme das gerade jetzt am Donnerstag auf. Schön. Schnell auf A. Schnell auf A, Leute. Ganz flott. Der hintere ist meiner. Der zweite Molly, Dyra, du läufst dein Meinen noch rein. Dyra, Dyra, Dyra. Ja, da hinten war noch meine. Wie hat er so lange überlebt? Guck mal, er läuft hier in den ersten. Er brennt, er brennt, er brennt, er brennt, er brennt. Immer noch, er brennt immer noch. Smoke. Irgendwas geht aus, aber er ist trotzdem weg. Und dann dieses, was? Er springt wahrscheinlich kopfüber in den Ofen rein und dann, was? Und was haben wir hier? Potenzielle Endscreen. Oh. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich gespannt. Davon hat er mir nämlich geschrieben, dass er da was vorbereitet hat. Holy shit, Sanse, das ist so insane. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe. Oh, oh, oh. Na, aber sichhi, Sanse. Na, aber sichhi. Hast du den hier nochmal? Ich glaube, das hatte ich nie hier gepostet. Was? Zum Schluss übrigens. Das letzte. Ich habe mir ganz viele E's reingeschrieben. Das letzte. Mien. Ich glaube, da bin ich wieder mal abspäken. Schluss. Red Bull, ich drehe komplett. Du guck ich. Ich schwöre, Leute. Ich schwöre. Das habe ich halt bei so Videos gesehen, dass manche das so machen. Die coolen Kids, weißt du. Ganz, ganz, ganz. Oh, was haben wir hier? Moment, das habe ich gar nicht... Oh. Sanse. Emote. Einen großen Applaus an alle Leute, die hier reingeschisselt haben. Und richtig geile Memes gemacht haben. Vielen Dank für diese edlen Einsendungen. Ich baller jetzt rein und werde dann diesen Endstream auch hier gleich benutzen. Yes. Also, wir lesen uns in den Kommentaren. Vielen Dank für die Likes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Livestream. Streams finden jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr statt. Diese Sachen finden oder sind alle aus den Streams. Finden in den Streams statt. Bis dann. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe. What?